Was bringt Ernährung ohne Kohlehydrate? Sollte man Low Carb sich ernähren? Wozu überhaupt? Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Es ist das Jahr 2017 und seit dem Jahr 2015 gibt es so eine Welle von Low Carb, wo es heißt, man soll wenig Kohlehydrate zu sich nehmen. Manche sagen sogar gar keine Kohlehydrate zu sich nehmen. Ich bin diesem Trend gegenüber ziemlich skeptisch. Wenn du mich fragst, was bringt Ernährung ohne Kohlehydrate, würde ich sagen, nichts. Unsinn. Der Mensch braucht Eiweiß, Kohlehydrate und Fette, das sind die drei Grundbestandteile der Nahrung. Zusätzlich braucht er natürlich Vitamine und Mineralstoffe und er braucht außerdem noch Ballaststoffe, also Faserstoffe. Wenn er all das hat, dann ist alles gut. Der Grund, weshalb ohne Kohlehydrate irgendwo ein neuer Hype wurde, irgendwie um das Jahr 2000 hieß es, man soll Low Fett zu sich, Low Fett essen. Es hatte sich da nämlich gezeigt, dass Menschen, die wenig Fett essen, dass die gesünder sind, dass sie länger leben, dass ein gesünderes Herz-Kreislauf-System sind. Also ist die Lebensmittelindustrie da rangegangen, Low-Fett-Produkte zu schaffen. Und so wurden dann letztlich die Fette ersetzt durch komplexe Kohlehydrate. Es wurde gesagt, iss mehr Gummibärchen, das ist wenig Fett. Und dann wurden Weißmehlprodukte und alles Mögliche gemacht. Immer mehr Kohlehydrate statt Fett und zwar insbesondere Weißmehl und Zucker. Und dann hat man festgestellt, das ist gar nicht so gesund. Aber es sind nicht die Kohlehydrate, die ungesund sind. Was ungesund ist, ist Weißmehl, Weißmehlprodukte und natürlich auch Zucker. Also am klügsten ist, du isst eine gesunde, vegane Vollwertkost. Du verzichtest auf alles Tierische und du verzichtest auf Zucker und Weißmehlprodukte. Du verzichtest auch auf alle Fertignahrung, die in irgendeiner Form ja immer viel Zucker oder Salze oder Geschmacksstoffe, Aromastoffe hat. Sondern iss einfach Hülsenfrüchte, Gemüse, Salate, Obst und Vollkorngetreide. Und dann lebst du gesund. Natürlich, es gibt Menschen, die haben eine sogenannte Glutenunverträglichkeit. Die müssen dann auf Weizen verzichten und auch auf Roggen und Dinkel und Gerste. Also das, was Gluten enthält. Man sagt, etwa 1% der Menschen hat eine solche Glutenunverträglichkeit. Bis zu 5% der Menschen haben wahrscheinlich eine Weizenunverträglichkeit. Die müssen einfach auf Weizen verzichten und können alles andere essen. Und damit 95% der Menschen können Getreide zu sich nehmen. Aber die Empfehlung, die sie im Jahr 2000 gehabt haben, ist sehr viel Kohlehydrate und ist gar kein Fett. Scheint heute nicht mal aufrecht zu erhalten sein. Ist einfach eine gesunde, vegane Mischkost. Ohne Zucker und Weißmehl. Ohne Fertiggerichte. Ohne zu viel zu salzen. Und dann hast du die optimale, gesündestmögliche Ernährung. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Und wenn du anderer Meinung bist, schreib's doch in die Kommentare. Und wenn du gleicher Meinung bist, schreib's auch in die Kommentare. Und wenn du den Vortrag gut hörst, dann mach doch eine Daumenhoch-Bewertung oder teile sie, lass andere davon wissen. Danke.